ein critical wenigstens etwas so das kann jetzt ne weile dauern der ist nämlich hart wie stein ein schaden mit dem bash das ist doch all von daneben haben wir jetzt irgendwie seine rüstung langsam weichgeklopft ja ich glaube das gebiet wird uns sagen für das sind wir noch nicht bereit kommst du jetzt bist du irgendwie schneller geworden ja du bist definitiv schneller geworden und du droppst viele steine kurz nach essen gucken wir haben ja hier jetzt die ganze kiste mit ein bisschen essen also das rezept kann erst mal zu ihm und wir haben ganz schön viele pilze mittlerweile das geht ja dann essen ja essen verteilen also die wurst an sie das brot an sie er ist noch okay dann erst mal und rastet kurz so zwei möglichkeiten aber wir probieren noch den zweiten totschläger da hinten möglichkeit 2 wir gucken uns im wasser um das finde ich irgendwie besser wo kriegen eine verpasst dabei flüchten zur leiter und klettern wieder hoch hoch ja eigentlich würde ich ja gern wissen was die druckplatte da unten macht macht die hier auf kann ich einen stein drauf legen nein ok unter wasser atmen ist schwierig wo ist die nächste leiter da ist die nächste leiter da würde ich mal sagen ich spreche hier ins wasser war ja jetzt langsam tag wird kann ich auch ein bisschen besser sehen kletter hier hoch und ja da hinten ist die pyramide da drüben liegt übrigens auch was so viele orte und keine ahnung wo ich hingehen soll so so viele orte und keine leiter käse 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 gut was sagst du der stille eine hat einen freund der viel lieber spricht geht richtung des sonnenaufgangs hinter diesem tür um ihn zu finden ok da hinten sind auf jeden fall noch mehr so steinmänner gewesen habe ich gerade gesehen da haben wir noch eine leiter zu der insel und da hätten wir eine leiter zur pyramide hoch und dann klettern wir mal hier hoch ja das wäre eine leiter zur pyramide und soll ich mich wirklich noch mal mit so einem rumschlagen ja komm vielleicht sind sie bei tageslicht etwas angenehmer und ja eigentlich habe ich jetzt den drang einen speicherkristall zu finden auch um mich nicht verprügeln zu lassen du trinkst sicherheitsfalle meinen heiltrank und ja ich muss das die erste reihe machen dass man die zweite reihe hat so gesehen nichts was sie denen entgegenwerfen kann auch sollen ein bisschen verwirren so kann ich ihn von au hinten bekloppen hau und ich hab und wenn du hier hat eine wunde gekriegt heidi mal lieber ja ein schaden mit dem blow dart das ist nicht gerade viel und du kannst noch keine super angriffe mit einer schweren waffe machen ok ja komm genau so geht das auch ziemlich gut ich glaube ich nehme den rücken hauen ist eine gute idee so müssen wir etwas flexibler sein so so ob die sich dazu nötigen sich zu bewegen so genau können wir ein bisschen mit ihm hier rumtanzen bis er schneller wird hey sie hat mal sieben schaden bei ihm gemacht ok der schaden wächst langsam ich habe echt das gefühl dass man entweder glückstreffer braucht oder dass seine rüstung mit der zeit runter geht wow ah ja so genau critical mit drei soll ich lachen so so sie hat nichts mehr also benutzt sie mal ihre magische waffe wow wow au jetzt wird es heftiger so weg mit dir steine können wir liegen lassen mal denke ich und jetzt sind wir bei den burial grounds angekommen und da könnten wir durchlaufen aber das will ich nicht also ja ich will eigentlich das wasser weiter erkunden das stimmt schon was hast du zu sagen du sagst gar nichts also ja ich finde es schon mal ganz schön irritierend was steht auf dem brief lieber besucher unglücklicherweise wurde der schlüssel zur pyramide wurde die tür der pyramide verschlossen vor langer langer zeit und ich befürchte der schlüssel ist verloren gegangen ne ja ja und zwar unauf unauffindbar verloren gegangen dann wirst du mich doch veralbern sag bloß der ist da unten wo wir nicht rankommen runter gefallen irgendwie hier so jetzt erst einmal hier durch und hier hoch treibel schild evasion plus zwei die fackel kann man weg dann kannst du den schild anziehen was steht hier auf dem zettel ein treasure chest a treasure chest long lost guarded by the four fallen spirits in the bog ok der bog liegt im süden haben wir mitgekriegt aber zu dem kommen wir ja irgendwie noch gar nicht oder ist es mir nicht aufgefallen dass wir zu dem hinkommen irgendwie so hier mal durch hier zur leiter hier wäre die tür die tür äh nicht die tür die der weg weiter in die ruin die ich eigentlich noch nicht besuchen wollte ah es gibt so viele sachen hier zu erkunden das ist doch abnormal so ich würde gerne hier erstmal hoch ich habe nämlich so ein gefühl was das da für die druckplatte ist das ist so eine bleib lang genug oder warte was steht da hold your breath ja bleib lang genug da drauf stehen und es passiert irgendwas also jedenfalls nicht so ok der kann ausweichen das ist nicht so toll wie sieht das essen aus sieht ok aus sieht ok aus er können wir wieder ein häppchen vertragen sieht ok aus also mal wieder rasten und da muss ich echt überlegen was ich mache also ich werde mir auf jeden fall nicht die flinte holen du bist noch da in der nähe das heißt ich kann mein atem nicht anhalten äh und auf die drauf springen kann ich irgendwie auch nicht weil immer wenn ich versuche auf dich drauf zu hüpfen gehst du einfach einen schritt zurück und ich kann dich auch nicht schlagen wenn du im wasser bist ok das ist ungünstig ok und daher sind noch mal noch freunde von dir so mit dem wollte ich mich eigentlich auch noch nicht anliegen au mein armer tarion lass den alchemisten in ruhe ok was gibt es noch für möglichkeiten also wir hätten die möglichkeit uns hier weiter umzusehen oder die uns weiter mit den steinköpfen anzulegen äh ich glaube ich nehme mal wirklich die steinköpfe ja mittlerweile habe ich die ja einigermaßen kapiert so mal wieder zumachen ja ein critical von 40 das ist gut ich glaube gegen die steinköpfe benutze ich nur nahkampf ja